Grüßt euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Paraworld. Heute werden wir mal schauen, wie es hier ausschaut. Hier sind viele Triceratops, aber egal. Wo sind Stina und die anderen? Ah, die sind gerade auf dem Weg, finde ich gut. Hier sollten hoffentlich keine Tybis angreifen, weil wir werden jetzt heute hier rechts in die Seas-Basis einfallen. Hier ist ja keine Möglichkeit durchzukommen, also... Ich hoffe einfach, das ist der bessere Weg und nicht der beschissenere. Vor allen Dingen hoffe ich, dass die jetzt nicht hier abgehen. Warum macht von euch eigentlich niemand Holz? Das finde ich nicht cool. Okay, ihr macht den hier, alles klar. Und da kommen gerade schon Einheiten. Alles klar. Alles klar, dann... Würde ich sagen... Nehmen wir die Mörser. Wo sind die Mörser? Ähm... Nein... Mörser, what the f... Alter... Ihr Penner, wo seid ihr? Äh... Das hier... Alles klar... Oh... Hier ist aber auch eine Seas-Basis. What the fuck, hier ist auch Stuff? Dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen... Ich hoffe, die greifen nicht das hier an. Okay, die machen hier erstmal den Turm platt. Finde ich gut. Nein... Ausgezeichnete Wahl. Ich will kämpfen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn die da jetzt das angreifen, weil ich hab keine Ahnung... Was dahinter ist. Okay. Ausgezeichnete Wahl. Dann schauen wir gleich mal. Angriff. Angriff. Die alle. Komm, zu auch. So, genau. Doping. Belas Superschuss und Coles Schrotflinte. Und alles, was sonst noch geht. Das wird funktionieren. Am Arsch. Am Arsch werdet ihr das hier reparieren, ihr Drecksarbeiter. Okay. Down. Jetzt der Turm. Kein Problem. Die sind gar nicht so gut gegen Gebäude, übrigens, die Mörser, wie ich gedacht hab. Ich dachte, die wären richtig gut gegen Gebäude. Und nicht nur okay. Ich diene euch. Alles klar. Da drinnen scheint es auch hauptsächlich Arbeiter zu geben. Also, wenn man die Türme mal beseitigt hat, ist alles eigentlich okay. So. Hier. Samurai. So. Genau. So. Tor. Down. Down. Dann rein hier. Kaserne. Machen wir mal die Kaserne platz. Hier. Das vergrößte Lagerkapazität ist ja wurscht. Nur mal ein bisschen Salter-Dope. Wobei, braucht man gar nicht. Vielleicht, wenn es hier noch irgendwo einen Turm gibt. So. Ist das hier noch? Haupthaus. Mehr als präzise. Oh, Epoche 5. Oh, Maschinenverbrühe. Das ist gefährlich. Oh, das könnte funktionieren. Das ist auch gefährlich. Letztlich machen's. So. Dann würde ich sagen, die Mörse machen hier das hier platt. Die Mörse machen jetzt einfach mal alles platt. Und alle Fernkampfeinheiten. Und die Nahkampfeinheiten halten sich erstmal so ein bisschen zurück. Nahkampfeinheiten halten sich zurück. Oder machen das hier platt. Und die Fernkampfeinheiten machen denen jetzt platt. Und dann die Türme. Ja gut, die Türme. Ich möchte halt möglichst nicht alle verlieren. Ich hab da einen. Nächste Aufgabe. Sehr als präziser. So. So, dann Salter-Doping. Und Bela. Ich weiß nicht, ob Cole da auch... Nee, Cole macht dann seine Schrotladung hier drauf. Genau. So machen wir das. Alles klar. Dann bilden wir hier noch einen Samurai aus. Hier, das ist alles voller Samurai. Wobei, nein, halt. Halt. Halt, stopp. Ninja. Äh, nicht Ninja. Die schauen aus wie Ninja-Mörser. Heißen sie aber. Und dann hier ist irgendwas verreckt. Haben wir noch eine Bogenschützin. Okay, und das ist alles down. Hier unten sind keine... Hier unten ist nichts mehr außer Stein. Bogenschützin ausgebildet. Letzt nicht machen. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, versammeln wir uns hier. Halt vorher. Mehr als präzise. Bevor wir das Haupthaus hier ausschalten. Genau getroffen. Hätte ich gern noch alles andere platt. Weil vielleicht ist dann eine Sequenz und wir sterben. Weil dann diese Basis hier angreift. Weil das schaut irgendwie aus, als wäre es die Vorbasis zum Tempel. Deswegen finde ich es so geil. Auf der Pirsch Gefahren-Eindämmung zu stellen. Sie ziehen es aus dem Posten. Finden sie in den Tempel. Wirklich so much to do ist da jetzt auch nicht. Halt, warum schlaft ihr hier? Okay, ihr habt hier auch alles Stein abgebaut. Aber mehr Stein brauchen wir auch nicht. Dann geht es hier zurück und baut Nahrung ab. So. Alles klar. Durch den Propheten. Nein, den Propheten. Nicht den Propheten. Das ist was anderes als die Mission. Durch den Järztruiden werden wir geheilt. Was ich gut finde. Und dann würde ich sagen. Aber war das doch noch nicht alles. Hätten wir schon das abschließen sollen? Hm. Ist hier vielleicht noch irgendein Produktionsgebäude oder so? Achso, nein. Wir haben es schon fertig. Alles klar. Ja, dann. Wobei wir haben 2.100 und 2.600. Ja, das stimmt. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch den Tempel finden. Hier ist auch gar nichts mehr. Egal. Zustände ist es trotzdem. Gibt Schädel und Schädel. Nachdem wir am Anfang der Mission so wenige gehabt haben. Wohl überlegt. Wäre es eine Verschwendung, jeden Schädel nicht mitzunehmen. Außer jeden. Dreckst du die Mauern bek-be-be- Die geben nicht mal Schädel. What the fuck? Das ist richtig beschissen. Ich mach das schon. Okay. Dann würde ich sagen. Ja. Auf geht's. Mörser. Ihr greift das Tor hier an. Verschuldet. 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 Alle Mörser. Verschuldet. Genau. Kommt alle her. Ah, die sind dann natürlich ganz hinten. Warum? Ach so, weil die langsam sind. Ich dachte, warum? Verschuldet. Nein, nicht ihr. Was für ein Spaß. Nicht ihr. Ihr haltet euch noch ein bisschen zurück. Verschuldet. 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 Hint jetzt das Gebiet. Ah. Steht's bereit. Let's nicht machen. Okay, warum auch nicht? Aber wir speichern vorher. Hä? Spiel speichern unter Pro. Weil der Anfang war wirklich... Ach so. Nein. Dann Prophet 9. Was? Auch überschreiben? What the fuck? Zehn Speicherstände. Den hab ich auch schon gehabt? Holy fuck. Das könnte funktionieren. Okay. Ja, wie gesagt. Für mich diese Folge eine neue Aufnahmesession. Also. Aber wirklich. Ganz ehrlich. What the fuck? Hab ich das schon viel... Naja gut. Den Stein einmal anzuschaffen war schon eine wichtige Herausforderung. Let's nicht machen. Aber irgendwie gefällt mir der Drachenklamm. Muss ich schon sagen. Eine Klu. Ich glaub die Nordmänner von allen sind irgendwie die Beschissensten. Sie haben zwar die Dampframme und sind damit für den Angriff sehr gut. Aber ich glaub für die... Oh. Sequenz. Der alte Tempel. Richtig? Ja. Ein Ort der Ruhe und Meditation. So heißt es. Wir brauchen zusätzliche Truppen, die mit da rein wollen. Hm. Schätze ich auch. Zutfried für unbefugte Verboten. Okay. Die Seas haben den Tempel in eine Festung verwandelt. Vermutlich halten sie dort auch den Propheten fest. Ihre Verteidigung muss durchbrochen werden. Kämpfen sie sich durch die Basis und erreichen sie den Tempel. Bringen sie in Bildung. Haupteingange zu Tempeln sind sehr stark verteidigt. Vielleicht gibt es Alternativen, um die Verteidigung zu umgehen. Und wo ist der Haupteingang? Ist der Haupteingang hier durch, oder was? Nee. Das kann ja nicht sein. Hier ist wahrscheinlich ein Nebeneingang. Aber da sind auch Galimimi. Und hier sind 10 Millionen Alu-Saurier. Finde ich ja cool. Um nicht zu sagen, vollkommen beschissen. Da, aber dann wäre es ja fast intelligenter. Das sind Erdgeschütztürme. Ich hasse Geschütztürme. Da wäre es ja fast besser, wenn wir hier rüber gehen. Weil hier sind so ein paar Galimimus. Aber... Ja, aber sonst eigentlich nichts. Also von daher... Was hast du vor? Gehen wir nicht lang. Beziehungsweise vorher... Nehmen wir noch... Achso, nee. Wir haben ja eh... Hier. Das Low. Da... Vorher... Mache ich aber hier nochmal ein Dojo. Ein... Also ein... Ein Dojo. Ein Dojo. Achso, das war eine Saurier-Farm, oder? Ah, wurscht. Wir brauchen eh beides. Eine Saurier-Farm und ein Dojo. Wovon ich... Äh, hier so. Beide... Werden dann auch bitte hierher gehen. Hier so mitten in die Galimimus rein. Weil hier wird dann quasi unser... Vor-Außen-Posten, sagen wir mal. Damit der Nachschub schneller kommt. Halt! Nein, nicht Holz sammeln. Penner. Nicht Holz sammeln, ihr kleinen Schweine. Was ist zu tun? Ja, ich wollte gerade anderes sagen. Hä? Achso, scheiß, Alter, so aus. Hier ist der Schloss hier in mein... Na gut, ist auch schon wurscht. Okay. Was ist zu tun? Sonst noch irgendwas Wichtiges. Maschinenbauer vielleicht für Skorpione? Ja. Und vielleicht... Oh, shit. Ich hab da einen. Ah, ihr... Ihr Schweine! Ihr elenden... Mit euren Raketenwerfern. What the fuck? Alter, wie viel... Damage halten der aus? Der hat gerade Bele überstanden. Okay, ich muss auf die rechte Seite dann definitiv noch einen Turm oder unten ein bisschen Fallen stellen. Oder ein... Oder ein... Oh. Hehe. Ja, äh... Hier so... Ab der Spieße... Ach, er freut. Erstmal den Maschinenbauer fertig bauen. Maschinen... Äh, Taslo... Baust... Baust du den Maschinenbauer jetzt fertig? Ich hab da einen... So. Wollte ganz schon sagen. Ja. Äh... Hä? Hä? Wie... Wie hat der denn jetzt gerade fertig gebaut und gleichzeitig nicht? Klingt schnell. Der... Der ist ja irgendwie Gott, oder was? Der kann gleichzeitig etwas fertig bauen und nicht. Okay, du... Ja. Erstmal jetzt aber hier bitte den hier. Beziehungsweise nein. Was gibt's zu klein? Nein, nein, nein. Gar nicht sowas hier. Nein, nein. So fangen wir uns gar nicht an. Lieber... Stachel fallen. Das hier weg. Genau. Lieber... Lieber ein paar Stachel fallen, die gut platziert... Gut platziert sind. Plus einigen Schling fallen. Und... Dahinter noch einen Turm. So, und das baust du jetzt erstmal alles. Und derweil... Was hast du vor? Rücken wir schon mal ein bisschen vor. Ist hier der Haupteingang? Aber wenn... Falls ja, wie kommt man denn hier überhaupt hin? Muss man dafür nicht irgendwie... Hier erst ein Boot bauen? Oder ist hier der Haupteingang? Diesen 100 Millionen Alusorgel. Also da gehe ich nicht durch. Obwohl wir James Warden haben. Aber ich weiß... Ich weiß, wie gesagt, nicht wie weit diese... Dieser Schulz vor wilden Tieren hält. Na, das ist nämlich dieses... Wünsche? Und das geht zum Beispiel nicht bis hier. Warum ist der eine halt unsichtbar? Hä? Ja, bitte. Keine Ahnung. Der Gedanke. Du baust hier den ganzen Stuff. Genau, den Turm. Und jetzt... Ah, für mich. ...doch alle fallen. Und kommst dann nach, bitte. Bei Zeiten. Also die Mission ist schon heftig. Vor allen Dingen... Ich weiß nicht... Nicht... Wie heftig... Der... Dieser Angriff jetzt hier wird. Der könnte mir jetzt eigentlich alles ruinieren. Aber wir haben... Wie viel? Wir haben 5... 6 Arbeiter. Und alles andere voller kämpfende Einheiten. Also wenn das... Gut, wir haben den Druiden und den Herz Druiden. Aber trotzdem. Alles andere sind kämpfende Einheiten. Also... Und wir haben Mörser. Und wir haben Samurai. Und Bogenschützen. Und Saltotransporter. Und Skorpione. Kann ich vielleicht noch irgendwo was verbessern? Wir können nicht auf Stufe 5 aufsteigen. Also... Nicht mal, wenn wir das Holz jetzt... Aufbringen könnten. Hier, wir verbessern nochmal alles. Weil scheiß drauf. Oh, okay. Euer Befehl. Euer Befehl. Ihr baut alle noch Holz ab. Sägewerk. Mehr Holz tragen. Ah, was ist das hier? Waffen... Waffen... Arbeiter verursachen höheren Schaden an Gebäuden? Was zur Hölle? Wer macht? Braucht denn so einen Scheiß? Egal. Schadenswerte Bogenschützenden. Das finde ich gut. Wenn der erhöht wird. Also wenn er mal erhöht wird. Wenn wir ihn können. Was? Warum haben wir... Achso, weil er gerade Taslo richtig heftig baut. Ah, okay. Hier, Lagerkapazität. Der Hirn brauchen wir nicht. Ich habe eine Idee. Oh, hier. Die Fallen fertig. Die Schlingfallen hast du noch gar nicht fertig. Was bist du denn für ein fauler Sack gerade? Ich will hier ein bisschen die Verteidigung aufbauen. Also ich meine, der Drachenclan ist vor allen Dingen, glaube ich, auch gut. Also da... Also... Ich weiß nicht. Kann man sagen, Drachenclan ist Verteidigung. Nord... Nordvolk ist Angriff. Und Wüstenreiter ist so dazwischen. Kann man das so sagen. Aber ich meine, gerade mit Taslo und den Taslo-Türmen sind die ja auch hammergut für Verteidigung. Also die Wüstenreiter. Deswegen bin ich mir nicht ganz so sicher. So, du brauchst hier allen Scheiß. Dann machen wir den hier. Keine Ahnung, wer das hier mit den Waffenentwicklungen... Oh, können wir das dann nochmal machen? Ich weiß nicht. Egal. Pfeilhagel. Feuern dadurch gelegentlich mehrere Pfeile gleichzeitig. Ach, ich will das auch mal haben. Gibt noch ein bisschen mehr. Holzarbeiter, genau. Macht mehr Holz und schneller vor allen Dingen. Genau, ihr macht jetzt noch Stuff. Ich möchte jetzt einfach alles richtig schön upgraden, damit wir am Ende nicht irgendwie sterben. Das wäre nämlich uncool. Ninjas erhalten Schlossklacken. Wir haben keine Ninjas. Ninjas sind, glaube ich, Scheiße, oder? Oh, Gattling-Schützen. Uh. Sumo-Ringer haben wir. Aber Gattling-Schütze. Auf Level 2 ist der. Könnte eine gute Alternative werden. Was gibt's zu tun? Deswegen baue ich hier mal einen Waffenmacher. Wo ist der Waffenmacher? Aber ist... Nein, das ist nicht der. Okay. Also, bitte noch mehr Holz. Dann werden wir nämlich... Achso, können wir schon. Okay, Pfeilhagel. Und hier haben wir nichts mehr. Hier haben wir dann auch nichts mehr. Und hier haben wir auch nichts mehr, glaube ich. Alles klar, dann sollte das so passen. Sobald das hier fertig ist, baut Tazlau hier noch einen weiteren Turm hin. Dann haben wir hier zwei Türme, eine Giftfalle, Stackelfallen, Schlingfallen. Ein bisschen was von dem hier, warum auch immer, aber... Ja. Hört sich gut. Bisschen Holz. Bisschen Holz. Ein Arbeiter, bitte Holz. Kann ein Arbeiter mal bitte irgendwo Holz abladen? Hallo? So. Genau. Ich hoffe, dann kommen die einfach nicht. Die sollten hier nicht durchkommen. Ich meine, Maschinenschütz... Gewehrschützen sterben hier. Ich hätte es ein bisschen weiter auseinanderbauen sollen, die Verteidigungsringe, aber... Dann hier werden die vergiftet und geabwehrspießt. Und hier werden sie dann gestachelfeilt, bis sie dann endlich bei den Türmen sind und sie angreifen können. Sollten alle verreckt sein. Vor allen Dingen durch gleichzeitigen Turmbeschutz auch. Aber gut, Saltasaurier haben eine halbe Basis zerstört, also... Oder zumindest die Verteidigung davon, also so... Hammer sind die jetzt auch nicht. So, aber wir werden... Ah, das werden wir auch erst beim nächsten Mal machen, den Großangriff. Vorher werde ich wieder als Prophet abspeichern, aber diesmal werde ich irgendwie Prophet 3 oder so... überspeichern, weil wir sind ja hier ziemlich gut. So, dann überspeichere ich den Prophet 3. Prophet 3. Überschreiben, ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei Let's Play Paraworld. Und bis dahin sag... Ach, Moment, erstmal schauen. Der Plinkschutz kann ich jetzt hier an... Genau, kann ich machen. Alles klar. Und der geht dann auch so hier in die Gegend, wie alle anderen. Und beim nächsten Mal geht's dann hier an die Galimimi. Und bis dahin sag ich... Tschüss, Leute. Untertitelung. Untertitelung.